Jo meine Freunde, herzlich willkommen zurück bei Resident Evil Nr. 5, wo wir das letzte Mal schon sehr lange hier irgendwo stehen geblieben sind. Ich erinnere mich über die Förderbänder, aber ich glaube wir waren noch viel viel weiter. Ich glaube bei Buck dem Kiefer, was ich mich noch erinnern kann, da wart ihr noch nicht da. Ich erinnere mich, jetzt müssen wir kurz ein bisschen kämpfen anscheinend nochmal schnell. Ja, schnell wieder hinauf. Denn die Gegner sind hier unten. Okay, mit der Waffe verbringt sich das Original gar nichts. Ich muss mich irgendwo verstecken, schnell. Ich glaube das ist die hier, oder? Nein, das ist die Kalaschnikow. Dann muss das die hier sein, genau. Mit der muss ich mich mal kurz ausrüsten. Time to say goodbye. Und du auch. So, da haben wir noch einen, glaube ich. Ja, 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 ich weiß, ich muss vorsichtig sein. So, der lebt auch nicht mehr. Okay, pass auf, dann... Ach so, ja, ja, ja. Ach so, ja, Moment einmal. Stimmt, den gebe ich ihr. Na, das brauche ich dabei nicht. Geben. Anfragen. Genau, perfekt. Dankeschön. So, da... Jetzt gucken wir mal. Entschuldigt, dass ich erst hier wieder anfange zum Spielen. Ja, ich habe vergessen, wo wir eigentlich zum Schluss waren. Wir waren anscheinend schon ein bisschen weiter. Ähm, okay, das kann ich... Habe wir in dem Magnum, haben wir... Ach so, diese Pistolenmunition. Soll sie nehmen. Ah, was war da Schönes? Nehmen sie es. Genau, perfekt. Du brauchst die mehr als ich. Was, wer? Wo? Ah, da oben. Tschüssli. Sonst noch irgendwo? Nö, gut. Dann schnell runter. Hier stehen noch Kisten. Da oben ist aber noch Munition, habe ich gesehen. Einmal meine. Ähm, okay, dann nimm du das bitte. Und... Lass mich da durch. Dankeschön. Die nimmst du ja auch. So, da, perfekt. Dann nehmen wir die Kiste hier nochmal schnell. So, da. Und dann erinnere ich mich, müssen wir da irgendwie rauf oder irgendwas machen. Im Förderband, glaube ich. Blöd. Ach so, das war... Anscheinend kein Speichern, sondern nur ein Check... Freund. Wird... Oh. Das war der Letzte. Okay, wie komme ich dort jetzt hin? Aha. Ah ja, genau. Da muss ich ja hier rauf springen. Genau, hier müsst ihr lang. Und ich habe dann die goldene Mitte genommen. So. Nein, 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 nein. Na komm. Oder willst du da auf dem... Bandslalom machen? So, das stoppen wir mal kurz. Genau. Perfekt. So, jetzt hilf mir mal kurz. Dankeschön. Hä? Wow. Okay, das kann sie nicht mehr nehmen anscheinend. Tschüss. Oh, 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 oh. Das hat weh getan. Okay, hat sich selber herumgebracht. Das ist gut. Und hier einer. Nö. Okay. Gut, das grüne Kräutel können wir anscheinend beide nicht mehr nehmen. Ja, es ist blöd. Das brauche ich aber. Ich tausche statt mal gegen das hier. Und schmeiß... Ja, ich schmeiß das jetzt weg. Genau. Dann nehme ich... Scheiße, dann... Täusche ich das gegen das. Genau, perfekt. Und dann kannst du das nehmen. Genau, perfekt. Und jetzt hätte ich gerne einen Speicher... Einen Speicher... Speicher? Speicher Quick Funktion F5. Das wäre leibernd. So, da oben ist einer. Okay. Super gemacht. Hier ist einer. Au. Was ist das? Wir sterben. Die einfach so sterben. Ne? Würde ich sagen. So, dann haben wir hier die da. Okay. Guck, guck. Das war die Zehen. Ich hoffe, es tut nicht so weh. So, da. Okay. Perfekt. So, das nehmen wir bei Partnerin. Dann gehen wir hier rauf. Und machen das hier zu. Also, auch nicht so. Also, ihr wisst ja schon, was ich meine. Gut, dann tun wir nachladen. Wenn wir hier nachladen. Okay, haben wir keinen Slot frei. Magnum, Magnum, Magnum. Haben wir eigentlich einen Magnum? Nein. Pass auf. Dann tausche ich das jetzt gegen das hier. Schmeiß die weg. Genau, perfekt. Dann kannst du die wieder aufnehmen. Weil ich brauch sie nicht. So, und hier ist ein schönes M4. Ah, eine M3. Genau. SIG 5, 5, 6. Okay, ja. Hab ich auch. Aber Sie können es wunderschön gebrauchen. Scheibenkleister. Ich habe aber keinen Platz dafür. Was ist eigentlich, wenn ich sage... Wohl braucht sie das? Nein, lass mal das da liegen. Das braucht sie nicht. Kein Saft. Wir müssen die Stromversorgung wieder herstellen. Genau, genau. Das war ja das mit Strom da oben. Ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Okay. Ich muss mal gucken, ob sie vielleicht noch irgendwelche Festsatze gibt zum Aufmachen. So wie Dati zum Beispiel. Und was mir auch noch einfällt, eine Karte, wäre nicht schlecht. Warum die immer ausgeblendet ist, ich verstehe es nicht. Okay, von da kommen wir müssen. Genau, wir müssen da rüber. Kann ich mich noch erinnern. An den Leichen hier dürfen wir nicht hin. oder nicht vorbei. Die fressen uns nämlich auf. Das weiß ich auch noch. So, genau. Und hier war ja Buck, der Käfer. Ich habe jetzt schon wieder Angst, weil ich weiß, dass das nicht so einfach war. und da tue ich gleich auf das um. Ja. Was? Achso, da. So, vielleicht planen sie wirklich einen Krieg. Wer weiß, wer weiß. So, einmal bitte betätigen. Dankeschön. Stimmt, das war kein Speicherpunkt, sondern es war nur ein Kon... Trollpunkt. Ich erinnere mich. So, Gold. Pistolenmunition. Noch ein bisschen Gold. Gewehrmunition. Perfekt. So, da. Wie schauen wir denn aus jetzt technisch? Okay, die Schrotzer, die nehme ich jetzt momentan noch nicht. Kann ich die kombinieren? Kann ich das eigentlich? Nein, da kann ich nur tauschen. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, wir nehmen trotzdem den Granatwerfer mal und probieren es mit dem Granatwerfer. Weil, der ist da irgendwo. Das weiß ich. Igitigitigit. Genau, wenn ich da jetzt nämlich hingehe, kommt der so... Nein. 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 Alter Schwede, genau, ich kann mich ja noch erinnern, der hat mir den ganzen Granatwerfer leergesoffen, der Alte, ich kann mich schon noch erinnern, ja, ja, gut, ich gehe jetzt aber trotzdem einmal, auf was gehe ich denn, ja, gehen wir auf die normale Pistole, gut, dann lassen wir das Band einmal rennen, so, und jetzt wird es lustig, jetzt ist es insofern lustig, die Leichen dürfen uns nicht bekommen, wo müssen wir hin, wir müssen anscheinend darüber irgendwie, und da kommt auch lang keine Kiste anscheinend, pass auf, springe ich jetzt runter, oh, 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 komm schnell, 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 du bist ein Tepperl, okay, Ja, so viele Chancen, so viele Möglichkeiten habe ich da gar nicht. Okay, ich beobachte das einmal kurz. Da kommt jetzt eine Kiste. Da müsste jetzt eine Doppelkiste gleich kommen, weil nach der bin ich nämlich runtergegangen. Genau. Und nach der kommt längerer Zeit nichts, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Dann werde ich nach der jetzt da runterspringen. Oha, 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 das wird knapp. Uiuiuiuiui. Puhu, ha. Oh. Äh, ah, puh. Komme ich rechtzeitig hier irgendwo hin? Scheiße, ich glaube sie stirbt. Uh, doch nicht, okay. Sie schafft es. Oh, sie schafft es, sie schafft es. Oh, das wird knapp. Okay, warte mal, ich suche mal schnell. So ein Hebel. Uiuiuiuiui, ich war gut. Jawohl, super. Hammer gut gemacht, Kleine. So, nehmen wir das Gold und das Gold und das Gold. Gehen wir mal durch die Türen. So weit waren wir das letzte Mal da oder nicht. Da sind wir beim Back den Käfer gestorben und haben dann aufgegeben. Ja, falls ihr euch noch erinnert. Ja, falls ihr euch noch erinnern könnt. Speichern. Das ist gut. Ich speichere für mein Leben gern. Ich hoffe, solche Käfer kommen nicht oft. Denn, ja, meine Munition ist ein bisschen sehr begrenzt. Okay, das kann ich nicht mit dem, was sie hat im Inventar kombinieren. Okay, das ist blöd. Alter, wenn da jetzt so wieder sowas kommt. Boah, wir werden jetzt voll geschießen. Okay, aber das lasse ich ihr nehmen. Diese Brandgranaten, die will ich aber schnell nehmen. Das heißt, ich werde kurz das hier mit dem hier tauschen. Ich werde das hier mit dem hier kombinieren. Ich werde die hier wegwerfen. Nein, 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 geben. 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 Diese Brandgranaten werde ich aufheben. Werde ich ausrüsten. Ah, okay. Kann man nicht nachladen, muss man raufschieben. Okay, ich verstehe. So. Okay, und dann tausche ich das mit dem hier. Okay. Gut, ich habe nur schnell was nachschauen müssen. Okay, naja, es ist ja nicht so einfach, weil wir haben nicht sehr viel Platz im Inventar mehr. Okay, ja, das muss ich alles liegen lassen, leider. Und ja, ich glaube, dass uns da jetzt irgendwas erwarten wird. Irgendein Boss. Weil ansonsten werden wir nicht mit so viel Munition und alles voll geschissen. Oh je. Oh je. Ich habe ein bisschen Angst, Freunde. Dass es hier gleich Rambazamba zur Sache gehen wird. Und wir fast keine Heilung und keine Munition. Das ist gut. Oh, oh. Oh, oh. Das ist schon wieder Scheiße Nein, ich wusste es 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 Was hast du benutzt? Ich wusste es 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 Wenn ich mich selbst »